ja ja na dann tragen wir mal los meine freunde ja warte mal warte mal kommt mir wieder nichts zu holen hier ist auch eine sauberei ja 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 locker abmarsch mit t kann man schnell reise machen das ist ja cool halt guck mal hier ist ein stopp die frage wo fahren wir denn hin wir müssen hier runter da müssen wir na dann 50 na dann das ist schon cool na ja mit kleinen feinen hundis das ist das ist hier sind häuser wir sollen so umschauen ja 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 gut da eben war flach ja ist ok ich geh da nicht hin ja 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 Es hat nicht einen Veteran in der Art von bürokratischen Euphemismen gedreht, um durch die Hypokrasie dieses Noten zu sehen. Etwas Terribles hat hier passiert, und der HMC hat versucht, es zu kümmern. Evakuierungsbefehl Ein Evakuierungsbefehl wurde für die Region Henryville Manastan erteilt. Aufgrund einer Großbrand in der Umgebung um die Mienenanlage der Hamilton Mine Corporation, empfehlen wir ihnen, zu ihrer eigenen Sicherheit dringend ihre Häuser so schnell wie möglich zu evakuieren. Die Hamilton Mining Corporation sichert ihnen eine Entschädigung für die entstandenen Unannehmlichkeiten zu und hat eine umfassende Untersuchung eingerichtet, bis die Situation geklärt ist. Bitte beachten Sie, dass es sich lediglich um eine Vorsichtsmaßnahme handelt. Alles ist unter Kontrolle. Der Treffpunkt befindet sich am Ortseingang von Henryville, in der Nähe der Wasserturums. Wir stellen Transporter für Verfügung, mit denen sie sich in Sicherheit bringen werden. Aus freundlichen Gründen, das Management von der Hamilton Mining Corporation aus. So, hier haben wir schon wieder Ersatzteile. Geist! Schnell weg! Ja, ja! Bleib mal locker! Bleib locker! Bleib locker! Ich weiß, das ist kalt und ihr habt Bock! Aber ich muss mir erstmal umschauen! Na, siehste? Guck mal hier! Guck mal hier! Guck mal hier rin! Schade! Wo kommst du denn her? Wolves do not generally attack human beings. At least not unless you attack them first. Hey, ich hab den Janni angegriffen. Alter, ich wollte bloß bei dem Klo gucken. Und irgendwann kommt da so ein Wolves aus dem Klo. Was zur Höhle! Ich wollte da nur mal schauen, was hier so gibt. Guck mal hier! Gibt's Kräuter! Zack! Und Ersatzteile! Jetzt ist doch alles wichtig! Brauchen wir doch! Und Ersatzteile! Jetzt ist doch alles wichtig! Brauchen wir doch! Dass ich gerade nicht in die Häuser kann! Ja, ihr wartet da jetzt brav! Komme schon! Ja, ja! Legt jetzt bloß noch nicht, wo wir hin müssen! Was sagt denn die Karte? Oh, das ist ja noch nicht so ein Stücker! Abmarsch! Abmarsch! Wäääääääää! Mach der nu! Wäääääääää! Jetzt fahren wir jetzt mal einen Kreis noch rum! Kommen wir die Oma mal! Halt, halt, halt! Stopp, 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 stopp! Guck mal hier! Nein, 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 nein! Nicht da lang! Toll! Das fahren wir mal Kreis! Wie ist das anscheinend? Halt, halt! Nein, nein! Wann machst du denn da? Nein, nicht da lang! Nein, ah! Wenn du denn, oder? Dann festρ Wuuu! Halt, halt, äh! Könnt ihr da nicht langfahren? Ääh... lang? immer schön nach oben gucken nicht nach unten ein Messer wurde verwendet um die Zeichnung einzuwitzen vor seinem Tod hat der diese Karte angefertigt verstehe na bestimmt hier diese natürliche Rote ja gut dann lass uns mal jo ist ja zum Glück ja nicht hoch ja bleib mal locker so 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 Ich fliege mich um manchmal. Die Frage, das müssen wir jetzt hier durch die Gärten uns durchschleichen? Sieht fast so aus. Ich habe es auch im Tisch zu holen. In der Warmth, Karl-Faubert could feel his entire body relaxing. The chills gradually disappeared. His teeth stopped chattering, and he became very calm. If he let himself go, he would sleep for days. Hmm. tja nun können wir hier ranzoomen? naja ok irgendwie müssen wir nach da so lang na na das nehmen wir mal mit wer weiß wofür das hat zwar mal wieder ein Haus reparieren müssen oder eine Laie da ok da kommen wir nicht von da so weit kommen dann machen wir mal hier falls weiter lang kommen hm hm was hat denn die karte dazu jetzt bischen doch woran jetzt bischen doch woran ok hier schon mal nicht ah hier vielleicht hier ist doch schon wieder diese wesen irgendwo hallo ich ahne das schon wieder irgendwo blöd hallo 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 ripp verstehe hier 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 Das war's für heute. Die Füße sind mal, äh, ja. Cool. Bild. Bild. Das wurde hier zugerichtet. Was haben wir hier? Sonst haben wir nichts weiter. Doch, da. Achso. Könnten ja eigentlich mal... Bild können wir ja eigentlich auch mal wieder machen, ne? Hier. Jo, will er ne. Was Großes durch das Tor, na, Glückwunsch. Das hier notet, was ich lesen, ein bisschen... Ja, ja, beruhige dich mal. Was fehlt's eigentlich? Das war cool, aber wir müssen doch da lang, oder? Nun. Cool, dann daneben. Oh ja, erst mal ausruhen. Die Geisterstadt. Konnten sie alle fliegen? Oder wurden sie alle hier tötet? Na, wenn sie sind, wären wir fast da, wo wir wollen. Ja, ich will sie irgendwie. viel zu ruhig wenn aber klar ist keiner hier dennoch diese stille sie macht mich langsam wahnsinnig schlitterrund ok ja ja ich klicke klicke klocken ist bestimmt war mit schnittsreihe von handel ins son soll der ilch hier passkarten mal schön kann man mitnehmen kann wir abschicken zu bekannten oder zu unseren liebsten oder so guck mal hier mit schönem bildchen und wanderwegen schön 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 die kasse natürlich kürzlich gelehrt ein schnuck schnitteln die kohle von der stadt wir einfach mal mit wird können war denn hier kola kola nutzen k ok wir haben uns mal eine kohle hier ist nur rufen ach gott trollpuppe ach du heiliger die dinger sind auch du alter ja wir sind ja weg der dadurch nämlich ne ach naja mit blauen haaren gute sache schubbierzeug oh guck mal hier haben wir holz oh der ist auch knuffig kult plüscht hier schöner schrank kletterausrüstung schlittschuhe ja schlittschuh fahren da könnte man auch mal wieder machen erste hilfe 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 warte klinien immer ist hier sonst irgendwas jetzt sind das äpfel na gut wir können uns erstmal hier ein bisschen ein bisschen zum morgens auch auch schön auch 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 auch